Hallo ihr Lieben, heute gibt es Acrylic Poring und ich kann es schon vorweg nehmen, auch wenn ich auch andere Farben nutze, ist es sehr orange lastig. Also wer orange nicht mag, ich glaube der sollte vielleicht nicht weiter gucken und vielleicht beim nächsten mal wieder reinschauen. Ansonsten erzähle ich natürlich wieder was zum Acrylic Poring logischerweise, natürlich auch über meine Schwachstellen mal wieder. Irgendwie lerne ich manchmal gar nicht so richtig daraus und ich ärgere mich manchmal dermaßen darüber. Aber fangen wir an. Das Erste ist, es gibt so eine bestimmten Acrylic Poring Farben beziehungsweise was man dafür machen kann damit es welche werden. Theoretisch sind es ja Acrylfarben und diese werden halt nur weil Acrylfarben selber ja relativ dickflüssig sind, werden diese so gemacht, dass die dann dünner sind. Dafür kann man mit so einem Medium oder Fluid arbeiten. Ich habe es jetzt meistens von Marabou zum Beispiel, gibt es aber unheimlich viele. Es gibt eben auch schon fertig gemischte, die habe ich diesmal hauptsächlich genommen. Das heißt, es gibt zum Beispiel eben dort auch Farben, die sind wirklich schon mit dem Fluid oder mit dem Medium zum Beispiel schon dünnflüssig gemacht oder eben halt schon mit Silikonöl. Und dieses Fluid oder auch das Medium, also es sind zwei unterschiedliche Varianten, haben den Vorteil, man klar kann man die Farben jetzt zum Beispiel auch mit Wasser oder mit Weiß oder was weiß ich alles noch dünnflüssiger machen. Was aber eben der Nachteil ist, in dem Moment verändert sich die Farbe, was bei dem Fluid oder auch dem Medium nicht passiert. Also das im Hinterkopf behalten, falls ihr das irgendwie mal mit Wasser dünnflüssiger macht. Dadurch verändert sich natürlich auch die Farbe und das passiert euch dann eben mit dem anderen nicht. Und das muss man einfach so ein bisschen für sich im Hinterkopf behalten, wenn man dann irgendwie sich wundert, warum hat sich da jetzt irgendwie was verändert. Und genau, ich habe diesmal mich für vier Farben entschieden. Ich fand die Kombi wirklich schön. Der Nachteil ist wirklich, dass ich Orange so dermaßen durchgesetzt hat, dass ich eigentlich keine Chance hatte. Ich finde das Bild trotzdem schön, aber ist halt Tatsache eben halt nur bedingt bunt geworden. Also ich war so ein bisschen frustriert. Also, aber ich will es euch immer nicht vorenthalten. Erstens möchte ich euch ja auch an den Fehlern teilhaben lassen und ich möchte euch natürlich auch zeigen, wie die Ergebnisse dann aussehen. Die werden ja nicht hässlich in der Regel. Also ich habe glaube ein, zwei Bilder bisher. Die habe ich euch aber auch noch nicht gezeigt. Ich habe es zwar gefilmt mit, aber ich habe euch natürlich nicht gezeigt, noch nicht, wie es jetzt aussieht. Vielleicht mache ich mal so ein Pleiten-Pesch- und Pannen-Video irgendwie. Ich glaube, vielleicht wäre das sogar noch ganz witzig. Und genau, hier habe ich also jetzt die Farben angemischt. Da kommt jetzt noch das Silikonöl mit rein. Viele nehmen auch das, ich glaube, W5er ist es. Ich will mich jetzt nicht aus Fenster lehnen. Ich nehme, wie gesagt, immer das. Das habe ich in der Bastelladen gekauft und dadurch, ich habe es jetzt auch ins Schwarz gemacht, obwohl das Schwarz eher als Basis, als Grundierung ist. Das mache ich als Grundierung unten auf die Leinwand drauf, damit schon mal eine Basis da ist und damit die Farben zerfließen. Meine Schwachstelle ist und das werdet ihr auch sehen. Ich nehme grundsätzlich zu wenig. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Selbst wenn ich der Meinung bin, diesmal habe ich so viel Farbe für diese Leinwand genommen, habe ich immer das Gefühl, das ist zu wenig. Ich sehe das bei einer anderen YouTuberin. Ich glaube, die kommt aus Slowenien. Ich will mich jetzt nicht aus Fenster lehnen. Ich habe es nicht so mit Englisch. Für mich ist Englisch ganz, ganz schwierig, auch wenn ich ganz viele Jahre immer Englischunterricht hatte. Aber ich tue mich damit so schwer. Und genau, da gucke ich mir die Videos immer ungeheblich gerne an. Sie lädt immer wieder Videos hoch, wo sie das Acrylicporing. Die ist so eine Meisterin. Also wenn ich dran denke, verlinke ich euch die mal, damit ihr mal gucken könnt, was ich meine. Die macht das so mega und so kontrolliert. Die weiß genau, was sie tut. Sie macht die Farbe auf die Leinwand und entweder dreht sie oder sie hat so einen Split Cup. Das habe ich bisher übrigens auch noch nicht ausprobiert. Und das ist so, so mega, was sie damit macht. Also ich bin dagegen ein kompletter Loser. Und ich weiß das. Und ich übe da auch schon so lange dran. Und ich hoffe, dass ich irgendwann die Sachen machen kann, die sie da auch macht. Sie macht tolle Blumen damit. Und, aber wie gesagt, ich übe und ich freue mich trotzdem. In der Regel sind die Ergebnisse wirklich trotzdem schön, aber eben halt meistens nicht so, wie ich sie mir gewünscht habe. Und, aber wir bekommen das noch hin. Und vielleicht übt ihr zusammen mit mir und dann kriegen wir das bestimmt alle zusammen hin. Genau. Hier habe ich jetzt also die Basis drauf gemacht, das Schwarz. Auch hier seht ihr, es ist einfach schon wieder zu wenig Farbe. Ich habe es dann manuell verstrichen, weil es eben auch nicht gelaufen ist. Bei anderen, wenn ich es sehe, läuft es. Also ich hätte wahrscheinlich mindestens das Doppelte nehmen müssen, wenn nicht sogar das Dreifache. Aber, wie gesagt, ich habe es dann manuell gemacht, damit wenigstens schon ein bisschen Feuchtigkeit drauf ist, die dann eben das Ganze so ein bisschen zerfließen lässt und über die komplette Leinwand dann auch schon da ist. Und ja, während ich das jetzt hier noch verteile, es ist übrigens alles Echtzeit, außer das Anmischen. Das habe ich minimal jetzt schneller gemacht, damit ihr euch da nicht langweilt. Aber ich wollte euch jetzt das Ganze Prozedere, wie ich jetzt die Leinwand auch mache, in der Echtzeit machen, damit ihr das so ungefähr eben auch seht, was da jetzt passiert. Und ja, während ich das jetzt, wie gesagt, schon mache, will ich natürlich nochmal drauf eingehen, dass ich auf meinem Kanal, ich glaube, das machen so viele, die das dann immer noch sagen, Ich lade immer sonntags hoch meine Videos, um zwölf kommt das Bastelvideo und in der Regel um 16 Uhr dann das Musikvideo. Ich gehe nämlich unheimlich gerne abends zur Livemusik. Ich habe hier, also ich komme aus Berlin, ich gehe dort unglaublich gerne überall mal hin und habe natürlich auch so meine Bands, wo ich sehr, sehr gerne hingehe, wo ich dann auch mitfilme, teilweise komplette Auftritte, teilweise auch nur ein Teil. Ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem, wie es sich anmietet. Habe so meine Locations, wo ich eigentlich sehr gerne hingehe. Und genau, und dann lade ich meistens entweder eher zuerst eben das ganze Konzert, den ganzen Auftritt und dann so nach und nach kommen dann eben immer die einzelnen Lieder dazu auch. Und weil nicht jeder möchte den ganzen Auftritt sehen, sondern nur bestimmte Lieder zum Beispiel. Okay. Und dementsprechend. So, bevor ich weitererzähle zur Musik auch, ich habe mich diesmal für so ein Kreuz entschieden. Ich habe es nämlich, ich glaube, das habe ich sogar bei der YouTuberin, wo ich vorhin erzählt hatte, gesehen. Aber ich bin mir gerade nicht hundertpro sicher, ob ich es vielleicht auch woanders gesehen habe, dass das eben so ein Kreuz gemacht wurde. Also, ich habe hier auch den Fehler gemacht, dass das, glaube ich, unglaublich schnell getrocknet ist. Und, aber ich lasse euch erstmal an meinem Kreuz teilhaben lassen. Genau, also meine Musik, ich liebe es. Musik gehört für mich zu meinem Leben dazu irgendwo und ich selber bin beim Keyboardunterricht und gehe auch zum Gesangsunterricht. Das heißt nicht, dass ich wirklich zum Beispiel gut singen kann oder eben gut spielen kann, sondern weil das einfach für mich so ein unglaublich schöner Ausgleich ist. Auch der Gesangsunterricht, man hat einfach im Moment einfach mal diese Stimme zu nutzen. Das ist so entspannt, ja. Also, dementsprechend genießt die Zeit, wenn ihr irgendwie singt oder so. Das entspannt euch da so mega schön. Und, ja. Hier arbeite ich gerade mit einem Heißluftfilm, äh, Föhn. Es war leider mein Fehler. Das ist so unglaublich schnell dann auch getrocknet. Ich weiß nicht, wie es die anderen machen. Wahrscheinlich ist es kein Heißluftfön, sondern wirklich ein kalter. Ich habe aber keinen kalten Föhn. Irgendwie klingt das immer wie Film, kann das sein? Ich meine aber den Föhn. Genau, also dementsprechend, da werde ich mich nochmal erkundig machen. Ich glaube, ich brauche ein Kaltluftfön. Und dementsprechend, ähm, es war dann schon so schnell getrocknet, dass ich da irgendwie dann doch auf was anderes zugegriffen habe. Ich habe es zum Teil gepustet. Ich habe, ähm, das dann laufen lassen. Und ihr seht meinen Desaster jetzt so nach und nach. Also, keine Sorge, äh, Pleiten, Peche und Pannen sind da tatsächlich sehr am Start gewesen. Hatte ja zwischendrin nochmal den normalen Föhn geholt. Ähm, der es aber nicht besser gemacht hat. Ähm, der es, glaube ich, minimal höchstens schneller geföhnt hat. Irgendwie war auch mein Heißluftfön. Ich weiß nicht, warum, ähm, hat der sehr lange gebraucht. Ihr seht aber zum Beispiel hier unten waren eben auch die Zellen, ähm, haben sich schon gebildet. Und ich liebe ja diese Zellen. Entschuldigung, ich musste husten. Aber diese Zellbildung, ähm, ich glaube, das habt ihr auch in anderen Videos schon mal gesehen. Ich liebe ja dieses, wenn sich das so bildet irgendwie, wenn dann die Wärme das Ganze so ein bisschen, ähm, zeigt. Ähm, das ist wie beim Epoxidharz, wenn da bestimmte Effekte passieren. Ich glaube, deswegen mag ich das Acrylic Poring auch so. Man weiß nie, was rauskommt, was passiert, wie es aussieht. Und, ähm, das, ja gut, hätte ich jetzt beim Malen auch, weil, ähm, Malen ist eben nicht meine Stärke. Aber wie gesagt, das hat sowas unglaublich Spannendes. Und, ähm, wenn ihr das mal ausprobiert, glaube ich, wisst ihr ungefähr, was ich meine. Ich habe eine Freundin, die mag zum Beispiel Acrylic Poring nicht so richtig, ähm. Wenn es mal um Basteln ging, hat sie dann irgendwie gesagt, nee, Acrylic Poring ist nicht meins. Und, ähm, ich liebe es halt sehr. Ich mag das für mich persönlich immer sehr, weil es eben so kreativ einfach auch ist. Und hier seht ihr schon, das Orange hat sich extrem durchgesetzt. Aber das hat sowas, ähm, wie sage ich es, irgendwie von so einer Wetterkarte, von einer Atlas-Karte, keine Ahnung, nur nicht in grün oder blau, wie ja das meiste von der Welt so ist, sondern eben einfach mal in Orange. Ich weiß gar nicht, wer ist, äh, von dem Planeten Rot, äh, war es der Mars, die Venus? Ich weiß es nicht. Ich oute mich als Schlumpi, der kein allgemein Wissen hat. Nee, nicht ganz, aber, äh, ich habe da dermaßen Lücken. Ich gehe aber zum Beispiel auch unglaublich gerne ins Planetarium. Das Schlimme ist eigentlich nur, dass ich unglaublich gerne da hingehe, aber ich gar kein Wissen habe. Ich liebe es einfach nur, diese Sterne mir anzugucken. Und, ähm, ja, und dementsprechend, ich mag das Ergebnis. Es ist echt schön geworden trotzdem. Aber ich hätte mir gerne noch ein bisschen mehr von den anderen Farben gewünscht, äh, was jetzt aber leider dementsprechend nicht so richtig möglich war. Habe ich mich leider ein bisschen dusselig angestellt. Hier versuche ich nochmal so ein bisschen die Zellen rauszukitzeln, äh, indem ich das Feuerzeug nehme. Leider ist mein Feuerzeug, äh, alle, die ich hatte, sind auf einmal alle, alle gewesen. Und habe mir jetzt aber schon ein neues gekauft. Also dementsprechend kann das auch weitergehen. Ich nutze ja das Feuerzeug eben auch zum, oder so eine Art Bunsenbrenner zum, beim Epoxidharz, um diese kleinen Bläschen wegzukriegen. Und, äh, dementsprechend ist das dann eben trotzdem eine wunderschöne Variante. Und, genau. Also ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis trotzdem. Sagt mir gerne, was ihr euch zum Beispiel wünscht. Was ihr gerne, äh, von mir mal gezeigt haben wollt. Vielleicht auch eine Farbkombi, was das Acrylic Poring angeht. Ähm, ich habe jetzt noch, ähm, Filzen würde ich gerne nochmal machen. Ich habe auch schon was hier, was ich gerne machen möchte. Meine Freundin hat es schon gemacht. Äh, ich bin noch nicht so weit irgendwie. Mein ganzer Kopf, der ist im Moment so voll oft, dass ich, ich habe jetzt auch schon zwei Wochen nicht gebastelt. Das, was ich euch heute, also dieses Video, ist wie eine Konserve. Ich hatte es schon vor ein, zwei, drei, vier Wochen gemacht. Und, ähm, aber ich hatte keinen Kopf, irgendwas zu machen. Und dadurch hoffe ich, dass euch das Bild genauso trotzdem gefällt wie mir. Und, äh, auch wenn es vom Ergebnis her nur bedingt das geworden ist, was man sich vorstellt. Aber das ist einfach das Risiko beim Acrylic Poring. Man bekommt wahrscheinlich nie, was man sich vorstellt. Und, äh, aber wie gesagt, beim Epoxidharz ist es nicht anders. Also, ich suche mir anscheinend immer genau deswegen diese Techniken aus, um das auszuprobieren. Schreibt mir gerne. Ich habe jetzt letztens auch unter einem Video eine Idee bekommen, was ich eventuell mit dem Epoxidharz mal ausprobiere und mit getrockneten Blumen. Ich muss schauen, wie ich es umsetze, weil das gar nicht so einfach ist. Ähm, aber vielleicht habe ich da die zündende Idee noch und dann werde ich das mitfilmen. Ich brauche da wahrscheinlich ein, zwei, drei Tage auf jeden Fall für. Und vielleicht gehe ich morgen mal einkaufen und versuche mal zu gucken, wie, was mir vielleicht unter die Finger kommt. Ansonsten, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Vielleicht bastel ich jetzt irgendwie noch, äh, muss ich mal schauen und lasse euch dran teilhaben. Und ansonsten auf jeden Fall bis nächste Woche. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020